Yoho, Leute! Hallo und herzlich willkommen zu mal wieder einem angezockt Video. Let's test some games. Und ich hab mir heute Rebby Ribby vorgenommen, weil ich gedacht hab, man kann ja auch mal total verrückten Krämpfe auf Steam angucken und ausprobieren. Und ich hab das grad zum allerersten Mal gestartet und weiß halt noch gar nicht, was auf mich zukommt. Und deswegen würde ich sagen, geh mir jetzt einfach mal direkt ins Game. Ich klicke auf Englisch Epilepsie-Warnung. Okay! Niedliche, kleine, wenig angezogene Anime-Girls in lustigen Adventuren. Das ist doch positiv. Das ist doch... Kann doch nur gut gehen. Kree-Spirit. Anime-Man. Seikai-Projekt. Nee, Seikai-Projekt. Blurk! Wollte grad sagen, wenn jetzt noch mehr Entwickler, Producer oder sonst was kommen, drich durch. Press Start-Button. Okay. Story-Mode. Da gibt's dann Speedruns, Bossrushes, Soundtests. Moment, ich muss mal gerade gucken, wie laut ist der Ausschlagepegel. Oh, ich glaub, die Musik sollte so gut sein. Okay, gut, dann Story-Mode. Ja, dann New Game. Normal, please. Normal, please. Please, normal. Ich hab Angst. Wenn da schon sowas steht. Dann ist das Game wahrscheinlich schwieriger, als ich gedacht habe. Und wir werden ja gleich übelst versagen. Punkt, 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 Punkt. 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 Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Master and Miro. Why am I here? Is this another one of Miro's pranks? Master, Miro, are you here? Something's wrong. Master, I'm Irina. I'm talking. I'm a talking bunny. Talking? Hold on. Am I really talking? Talking? I thought I was just imagining things. What's going on? Bunnies can't talk. Can it be? This? What's this? I've turned into a human. Is this real? Things like this don't happen. But my bunny ears and tail are still here. Am I still a bunny? A bunny turning into a human? It's impossible. I must be dreaming. But it all feels surreal. What's going on? Buddy, stop. Stop shaking. I know you're scared. Whenever Master saw me like this, she always came to comfort me. Master, where are you? What happened to me? What is this place? Wait. Never mind. Where Master is. Where am I? Stop feeling scared. If this is not a dream, staying here won't solve anything. Oh, standing on two feet is tricky. Doesn't this get tiring? Um. If this is a mirror, Master had something like this at home, too. Oh. So I look like this purple hair. Isn't that cute? I don't really get it, but I guess it looks nice. A bunny. Obsessed with her looks. Master teased me a lot about this. Hmm. Master, I will find you. Oh my God. Wie niedlich ist das denn? Und die ganzen Animationen von den Haaren. Tja, also... Ein Häschen sitzt in einem Kistchen, kommt heraus, wundert sich, wo dann ihr Herrchen ist, vielmehr ihr Frauchen, wie wir gerade festgestellt haben, und überlegt, Moment, rede ich gerade? Aber ich kann doch gar nicht reden. Ich bin ein Hase. Sonst stellt fest, oh mein Gott, ich werde ein... Ich bin ein Mensch. Oh mein Gott, ich bin plötzlich ein Mensch. Was ist passiert? Und stellt dann fest, dass es aber immer noch sein Bunny-Schwänzchen hat und seine Bunny-Öhrchen, und überlegt jetzt, wo zum Henker muss ich hin, und wo ist mein Master, und wo ist Miro? Das scheint wohl unser Mithäschen zu sein, oder Mithätzchen, oder man weiß ja nicht. Okay, also wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir nicht so hoch springen können, wie wir das immer wollen, vielleicht. Ich will nichts skippen, los geht's. Oh! Also wir können drei Blöcke hoch springen. Ah, so kommen wir also nach oben. Oh, die Animationen sind ja schon super. Kurzer Sprung, langer Sprung. Okay, uah! Uah! Kann ich mir das hier angucken? Was ist ein Mülleimer? Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Ich wollte mir den Mülleimer angucken, aber drei Blöcke hoch, ja geht, aber ich kann hier nichts machen. Okay, dann müssen wir hier wohl gucken, dass wir hier rauskommen. Irina? Ist das du, Irina? Ich denke schon, hallo. Hä? 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 Hm? That voice! Is it Miro? Is Miro hier too? Miro usually seems so tired, but her voice was different just now. Okay, dann suchen wir sie mal. Das ist ein Raum für Männer und für Frauen. Und hier ist irgendwie, das ist so, der Körper beschrieben und so Arztblätter und alles. Wir sind irgendwie in einer Klinik, oder? Sieht auf jeden Fall aus wie eine Klinik. Ein, 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 äh. Ja, doch, sieht definitiv aus wie eine Klinik. Awake at last, little bunny. It's time to send you back. Come over here now. Huh? Hm? That voice! A different one! Völlig verwirrtes Häschen. Irgendwo bin ich? Warum habe ich so knappe Klamotten an? Ist das Fanservice, oder was? Hm. Okay, wir sind definitiv irgendwie in einer Klinik oder einem Krankenhaus gelandet. I don't think it came from here. The voice seemed to come from higher up. Okay, wir müssen noch weiter hoch. Okay, dritter Stock, ja? Hello? Hello? It's me! Irina! Hello? I can jump! I'm a bunny! That's all I can do. Huh? Irina, are you finally here? Huh? 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 Okay, das ist unheimlich. Eine Gestalt im Dunkeln. Is that you, Miro? It is! So you're here too! What's wrong? You don't look so good. Oh, hold on. This is as far as you go, little bunny. M-Miro? What are you talking about? Off you go, little bunny. I will take care of this girl for now. Why do you sound so strange? What's that on your body? No more questions. You still have lots to do when you get back. Was passiert jetzt? Händen wir wieder gekidnappt, ohne dass wir eine Ahnung haben, was passiert? I know everyone loves bunnies, but you should rest if you feel tired. She seems to have fainted from exhaustion. Ich kann kein Englisch. Exhaustion. You know what I mean. A good nap should fix everything. It's gonna be tough remembering so many names. This girl, I don't think I know her. And... Hold on. Is this really happening? If it is, then this girl is... What to do? This is really unexpected. My heart isn't ready for this. But... Is this really okay? I... Oh, so... Is this okay? Oh, wie süß. Oh my god. Die Pixel-Animationen sind so süß. Sorry, did I scare you? It was an accident. Oh, no, not really. Oh, strange. Why am I here? What happened? We're at the strange place in Miro. Why are they gone? Was it a dream? Now I can still talk and I still look like a human. Hey, are you feeling better now? You'll catch a cold if you sleep out here. Oh, sorry. I was thinking and didn't notice you. Why are you looking after me? Now could I have fallen asleep here? How could I have fallen asleep here? I guess so. Nothing happened. I was just waiting for you to wake up. Really? How nice of you. And so lucky to meet someone as kind as a master. Don't smile at me like that. If you keep looking at me like that, I... Sorry. I have to go now. Maybe we'll meet later. Again. Hey, do you have to leave right now? I... But... No. I haven't talked to her yet. Thanked her yet. Is she in a hurry? Okay. She's gone there. Wait, you there. With the bunny ears, you can't go through there. This beach is close for now, so it's off limits. Really? I'm sorry. Excuse me, but it's Master Rumi's house this way? Master Rumi? You mean Rumi of Rebby, Rebby Town. Sure. It's path here through the beach, then across the small room. This way is close right now. Um, can you please wait a while? Um, you're free to go ahead and search for your bunnies. Search for bunnies? Thank you anyway. I'll wait then. So, all I can do is rake here. Oh, this place looks familiar. Could it be where I was adopted by Master? I should check it out and try out my human form. Okay. Hi, Lou. Talk. The beach is this way, so Srabby Rebby Town. Okay. Blümchen. Kann ich nichts mit anfangen. Puck. 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 Hui. Oh, da ist dieser kleine Knobbelpupp. Aua. Böser Knobbelpupps. Was mache ich mit dir? Du bist ein böser Knobbelpupps. Ah. Hilfe. Are you searching for bunnies again? Found anything yet? Ich weiß nicht. Ich bin... Ah. Kann ich irgendwie Dinge tun? Angreifen oder sowas? Ich habe Angst vor dem Mädchen da. Oh, jetzt tut... Aua. Okay. Wenn ich gegen das Häschen laufe, dann tue ich mir weh. Aua. Okay. Merk. Nicht gegen Häschen laufen. Wahrscheinlich bekomme ich doch voll die Super Special Attacks oder so. Wah. Nein, ich will mit der Reden nicht. Nein, Vorsicht, Häschen. Da. Don't you think these bunny creatures are cute? You need some protection to touch them, so... Okay, wir brauchen also Schutz, um sie anzufassen. Oh, da ist was. Piku Hammer. Piku Hammer. It's Hammer time. Piku, Piku, Piku. Attacks and Combos. Drücke den Y-Knopf und benutze ihn immer wieder für eine Kombo auf diesem Level. Kann sie nur drei Schläge machen. Attacks and enemies to get Hammer experience. Also den Hammer kann man upleveln. Okay, man kann den Hammer einfach cooler machen. Ja. Boah. Bunny Triple Kill Attack. It's Hammer time. Wow. Did it. Can I hammer this mushroom now? I can't. Bams. Geht's hier noch runter? Guck mal, dass sieht es aus. Jetzt wird es da irgendwie runtergehen. Ich lasse ich jetzt... Wow. Doch, es geht hier runter. Oh. Ich habe schon wieder vergessen, welchen Knopf ich drücken muss. Uh. Nein, nein, nein. Ein böser Pilz hat mich angegriffen. Stay. Nee, stay. Genau, stay. They say the spectral cave is under the forest, but where's the entrance? I don't know. Just string my hammer. Ja, tatsächlich, wir müssen von weiter runter, um an dieses Item da zu kommen. Gott, ich stehe ja auf den Arztseilen. Da muss ich jetzt mal gerade sagen, ich bin ein bisschen verliebt. Hey, komm da noch nicht hoch. Ah, der Pilz kommt runter. M-m-m-m-m-multi-combo. Wow. Die Häschen haben keine Chance und die Killer-Sonnenblume auch nicht. Oh, guck mal, Günther. Oh, ich darf natürlich euren Böby-Games nicht fehlen. Das ist kein Böby-Game. Ist ja schon mal aufgefallen, dass doch ihre Pixel-Böbys am Wockeln sind. Ach, Günther. Günther, der Baum ist auch jedes Mal ein bisschen pervers dran. Gotcha. Gotcha. Oh, nein, ist wieder so ein böser Pilz. Ich möchte mir nicht im Wald einen Pilz einfangen. Habe ich das wirklich gesagt? Wie spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. It looks so soft right now. But this body won't fit inside it now. What a pity. Uh, everything. That way should be familiar to me. I wonder if anything has changed. Saving and recovery. Ach so, das bedeutet, ich kann einfach hier so speichern. This healstone can make sleeping unnecessary, but using it also shortens your life spawn. Not sure if that rumor is true. Ich will ja nur speichern. Ja. Juhu. Nehmen wir mal weiter. Was tun denn? Moment. Hammer level increased. Hammer attack range increased. Kann ich hier nicht in der Luft schwingen. Ah, ja. Da oben ist so ein Glimmerding. Guck mir nicht ran. Da. Guck mir irgendwie nach unten. Bam. Es gibt hier also wirklich ganz verschiedene Wege, wie in einem Dungeon quasi auch. Wow. Die Sonnenblume, keine range attack. Das wusste ich nicht. Ich hab mich voll reingesetzt. Ups. Oh, dickes Bunny. Oh, Kombo. Hui. Schön. Vorsicht. Nicht, dass die mich wieder mit so einer range attack wegnatzt. Kann ich nochmal speichern, wenn ich will. Ah. What is with all the red mushrooms? Now we have to go all the way out here. Hmm. These are big enough to be worth it, though. So many up for grabs in the forest. Why would anyone ever buy them? Hmm. Oh, wonderful. Sprite red ones might be poisonous. Don't underestimate me. Whoever you are, I am an expert on this. Probably because we were very poor and had to search everywhere for food. Miss Kitty? Poor? You must be a friend of Matheson. I knew it. Master? I've never seen you before. Who are you? Wait. Bunny ears? You must be one of those bunny lovers. With all these people rearing bunny ears. I must have tuned them out. My English is very bad at the moment. I don't understand, Miss Kitty. I know I look like this now, but I'm Master's, Rumi's, Bunny. I was helping Miss Kitty. I was hoping Miss Kitty could take me to Master. Beg off, Fiddle. I may be poor, but I'll never join your group of craziness. And using Rumi's missing bunny as bait, this is the third time you've tried this trick. Wait. You must be mistaken. I really... What are you doing? I told you to back off. Why are you guys always like this? Stay back or else. Wait. Wait, Miss Kitty. What are you doing? No. It's a boss level. No. Hammer time. Whoa. Oh. Crap. She's strong. Hit up. Hit up. Combo-Tag. Combo-Tag. Oh, oh. Eigelbein. Die wirft mit... Wirft sie mit Pilzen nach mir? Oh. Ich hatte keine... Ich hatte keinen... Keine... Was ist das? Oh, nein, nein, nein. Ich werde von dem fliegenden Kätzchen-Bomber angegriffen. Nein. Ich will nicht von dem fliegenden Kätzchen-Bomber angegriffen werden. Ich habe hier aber schon so viel Leben abgezogen. Ich habe hier aber schon so viel Leben abgezogen. Squad-Combo. Wow, ja, nice. Okay. Oh, oh. Is this a special attack? Oh, crap. I... I... I got this. I got this. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. I got this. I got this. Oh, oh. Oh, oh, okay. No, 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 no. I could that. Avoid that. Okay, I'm fine. Finish him. Her. I mean, what? Yes. Ouch. No, no violence. Who hits people with a hammer? Oh, won't be beaten. I won't lose to the likes of you. Hey, Miss Kitty. Could you just stop and listen to me? I won't. I hate bunny-loving videos. No. Don't, don't go, Miss Kitty. What's going on? Bunny-loving videos? But I am a bunny. Maybe I got the wrong person. I don't understand anything she said. I thought she could help. I should go back now before I stray too far. Oh, Pilze, Pilze. Gibt's hier was besonders? Carrot Bombs. Throw some Carrot Bombs. Boom, boom, boom. Usage and effects. Down Y. Use the Carrot Bombs. Initial it's damage. It's not too high. Carrot Bombs damage recovers. SP. The Carrot Bombs can destroy some blocks and can be used to find secret passages. Also soll heißen, man kann mit dem... Hey. Hey, hey. Carrot Bomber. Ui. Ich kann jetzt Carrot Bomben werfen. Ich hätte übrigens gerne mal wieder ein paar Lebenspunkte. Na, na, na. Wow. Ähm. Ja, ich möchte gerne... Speichern erstmal. Wie war das noch? Ja, ja, meine Lebenspunkte sind wieder voll. Okay. Oh. Äh. Ich, ich, ähm. Werf die dann einfach mal irgendwo hin. Hier, da. So jetzt. Geht doch. Hui. Uuuh. Health up. Maximum health increased. Ja, schön. Also die Dinger haben jetzt... Ich werf einfach mal so eine Karotte, nö, ist klar. So eine kleine 2-Meter-Karotte. Huh? I can hear... Has the footsteps over here. Is this Miss Kitty? Okay, dann gehen wir mal da mal hin. Oh, natürlich ist sie das. That was terrible. If these videos keep showing up, Rebi Rebi Town is doomed. I'm lucky it got away and with the mushrooms too or it would have to beg Rumi for dinner again. Rumi says she doesn't mind, but it's embarrassing. Hmm. I better warp back to Rebi Rebi while I can. Oh, she disappeared. Miss Kitty disappeared. I was going to follow her back home. Miss Kitty say something about warping to town. Did she mean this? In that case, maybe I can warp back to Master from here. Oh. It worked. I got warped to another place. Oh, where at this place? I may have made things worse. Um, but I have to stay. This place is pretty. Being a human might not be so bad after all. I've always wanted to see the world. Okay, we sind in einem neuen Dungeon gelandet, wie es aussieht. Oh, oh, okay. Glitzernde Killersonnen überall. Da kommen wir noch nicht hin. Brauchen wir vielleicht so einen Doppelsprung oder sowas. Kommen wir noch nicht sehr weit. Achso. Uh, 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 uh. Häschen, Häschen. Und glitzernde Fairy Bubbles, die einen angreifen wollen. Okay. So ein bisschen aufpassen. Ups. Dass man nicht irgendwo runterfällt. Oh. Drill Dreams More Damage. Okay, cool. Ja, dann speichern wir gerade nochmal. Ähm, ich hab jetzt erst gedacht, das ist wieder so ein... Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel so gut ist. Tut mir leid, aber das macht gerade richtig übel Spaß. Ich hatte halt ein bisschen so an dieses Klischee Anime Bunny Mädchen Bubi Bubi Game gedacht. Und dachte mir erst so, oh, guckst du das mal an. Aber die Rezensionen waren gut. Und da hab ich mir gedacht, okay, da muss mehr dahinter stecken. Und dann hab ich mir den Trailer anguckt und gedacht, okay, wow. Sind das wirklich so viele Kampfszenen, so viele Möglichkeiten, die man hat. Und wie es aussieht, ja, tatsächlich. Und das ist total liebevoll und gut gemacht. Gefällt mir richtig gut. Richtig Spaß. Böses Häschen. Na? Na? Komm her, du. Hey. Na gut, dann nicht. Wow. Ouch. What? What did I run into? Huh? Whoa, whoa. What a big bunny. Stay away. Ribbon is not tasty at all. Sorry, Miss Fairy. I wasn't paying attention. Are you hurt? It made a sound. Ribbon has never heard a bunny make a sound. Don't come any closer. Fairies may be small, but don't mess with us. Ribbon isn't scared at all. No, 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 no. Not again. Penta-Kombo. P-p-p-p-p-p-penta-kombo. Penta-Kombo. Penta- Oh, ah, oh, ah, nicht gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, 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 ja. Penta-Kombo. Penta-Penta-Penta-Penta-Kombo. No? Wow, das war knapp. Okay, die Penta-Kombo ist cool. Oh, ah, oh, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Äh, ja, das... Okay. Ich liebe solche Spiele. Huh. Das wird bestimmt später noch richtig... ...schwierig. Okay, jetzt kommt die nächste Phase. Äh, mit denen kann ich noch arbeiten. Aber die werden jetzt ein bisschen schwierig gerade. Ah, okay. Meine Hitbox geht. Okay, okay, okay. Nein. Ah. Huhuhu. Okay. Puh. Äh. Ja, nee. So. Oder ich glaube, so. Aha, aha, aha. Aha, das war knapp. Penta-Kombo. Ihr könnt alle so coole Sachen. Und ich kann nur mit meinem Hammer so ein bisschen... Oh, sie hat ein Schild. Da muss ich echt aufpassen. Okay, jetzt geht das wieder los. Come on! Penta-Kombination! Did it! Is it it? The cute robot is going to get eaten by the giant bunny. Robot thought she had a long life ahead. Lily, Pixie. Oh, forgive me. Please believe that ribbon did never done you. Stop muttering. I'm not gonna eaten you. I was just passing by. Oh, it caught me. Ribbon is going to be eaten. No! Huh? So cute and small. Fairies used to be about my size. Hello, Miss Fairy. I'm Marina. Pleased to meet you. Uh, human, hello. Thank you for saving, Ribbon. Where did that giant bunny go? Ribbon almost died of fright. Um, I was that bunny, so I'm eating this bed for bunnies. But there was a giant bunny that was also you. Was Ribbon hallucinating? So you're a bunny looking for a master. Hmm, Ribbon can't tell there's something different, but you look human. Is it that strange? I don't know how I became human. I was like this when I woke up. It still feels like a dream. Wow, Ribbon was never here of something like this. But why are you here? Are you lost? I didn't mean to come down here, but I started wandering around out of curiosity. I should be in Rabby, Rabby town by now. Rab, Rabby, Rabby town? Yeah, that's where I live with Master. What's wrong? You look so serious, Ribbon. No, 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 nothing, nothing serious at all. So why are you here, Ribbon? You look pretty distressed just now. Distressed, huh? Huh? Oh, yeah, yes. Ribbon escaped. Lily and Pixie are still trapped inside. Escaped? What happened to you and Lily... Pixie? Lily and Pixie are Ribbon's friends. We were exploring where a blonde kill caught us. Ribbon felt so dizzy inside, but that's why Irina looked like a big bunny. Can Irina help rescue them? Ribbon won't be scared of getting caught if you're there. I can definitely help you with something like this. Are they sure here? Wonderful. Thank you, Irina. Yeah, yeah, um, that way. Just keep going forward. Rapid shot and charge shot. Press X to use Ribbon's rapid shot. Hold and release for a charge attack. Relationship. Ribbon gets relationship, XP, whatever. Also, wir haben jetzt einen Follower. Okay, wir haben jetzt einen Follower und... BÄMSEN! Und können mit dem Hammer und mit dem Follower und... Nice! Läuft bei uns richtig. Wir kommen hier nie hoch. This is strange. It's dead end. Oh, it's not. Look out there. So high. I didn't think I'll be that high. Let me try to jump. Oh, this is really... rather high. Hmm, what should we do? We can't keep them waiting. Is there a way around this? Hmm, in that case, Ribbon can go with you to Rebi Rebi Town first. Maybe we can find a helper. Are you sure? Your friends are still in here. Yes, but we can't just stand around here. You're looking for Rebi Rebi Town, right? But Rebi Rebi Town might be very far away. There should be people in the forest who can help. Well, Ribbon... Just we can't ask another in the forest. But only if there is no other choice. Ribbon doesn't want other people to know why she's left. A secret? Can I tell my master? Of course, Ribbon is interested in your master too. Oh, so Ribbon wants to meet my master too. You look really excited. Uh, um, um, not. We should get going. We have to come back later. Okay, let's go. Also, ich will den ganzen Weg wieder zu. Pew, 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 pew. Oh, okay. Unser Relationship Level ist increased. Bam, bam, bam. Ich mag meine Hammer-Combo. Da ist ein Kätzchen. Da ist ein Kätzchen. Wie süß. Wow, meine Range ist ja wirklich besser geworden. Viel besser sogar. Nett. Sehr gut. Ähm, wir sollten speichern. Dann würde ich aber auch sagen, ist ja mit dem Anzocken eigentlich fast durch. Wow. Da ist ein Kätzchen drin. Das macht mir Aua. Das Kätzchen macht mir Aua. Isst du das mal? Böses Baby-Kätzchen. Killer-Kätzchen. Schon wieder eins. Ich glaube, es hackt langsam. Irina, look. Es ist ein Warpstone. Warpstone? Das ist kalt ein Warpstone? I was just wondering what it's called. That's a pretty boring name. Wondering, huh, Ravens? Bet you were wondering what this was and got warped here, right? No. Oh, I got on because Miss Kitty said it goes back to Rabi-Rabbi. That's impossible. Warpstone's only work for places you've been to. You haven't gone anywhere yet, so you were sent to the closest Warpstone. So that's what happened. Can we use this to go back to the forest now? Yep, step up to it and think about where you want to go. Oh, also because Ribbon is going along with you, we can only warp to places both of our Thespi. Okay, kein Problem, das kann ich. Warp. Können wir also einfach in den Anfangswald gehen. Cool gemacht. Kann man alles Stück für Stück erkunden zu 100 Prozent. Oh, der Pilz hat sich umgebracht. It's true, we're back in the forest. You're amazing, Ravens. This is common knowledge of the islands, so it's not that amazing. So which way do you, do we, do we go, Irina? We should go back to where I woke up. This way, follow me. Also natürlich in die gegensätzte Richtung, in die ich gehen wollte. Oh. Hallo. Hallo. This healstone can make sleep. Okay, ja, ich weiß nicht, ist alles gut. Ah, dann speichere ich jetzt hier nochmal. Ich würde sagen, für ein Angezockt hat das, glaube ich, schon mal einen ganz guten Eindruck gebracht, oder? Ich meine, man sieht, dass vom Kampfsystem vermutlich noch viel komplexer werden wird. Und ich liebe solche Bosse. Und ich liebe solche Bossfiles, die wir da gerade gesehen haben. Und das wird bestimmt auch viel schwieriger und bekloppter. Und ich bin echt neugierig, was zum Henker mit unserem Häschen passiert ist. Das hat mir schon mal sehr viel Spaß gemacht. Keine Ahnung, vielleicht ist das Spiel ja was für euch. Und zwar wartet, ich gehe mal gerade auf Steam. Heißt RabiRibi. Auf Steam hat das Ganze, lasst mich nachschauen. Habe ich in der Indie-Kategorie gefunden. Und ich habe mir einfach mal wieder Indie-Spiele runtergeladen, ohne Ende. Ich gucke mir immer an, was mir da gerade so gefällt. Und ja, das war halt ganz vorne mit dabei, bei den Topsellern. Da habe ich mir echt gedacht, das muss ich mal näher anschauen. Und das war auf Seite, da ist mein Ding auf Isaac, das war auf Seite 4. Und es kostet zur Zeit 16,19 Euro. Deswegen dachte ich halt auch schon, okay, ganz so lame kann es ja gar nicht sein, wenn es 16,19 Euro kostet. Eigentlich 17,99 Euro. Ich glaube, das Angebot, ich weiß nicht, sind 10% Rabatt momentan drauf, wenn das Angebot endet. Keine Ahnung. Aber ich werde mir das Spiel auf jeden Fall weitergönnen. Und eventuell auch im Livestream, weil... That's so cute! Ich kann es leider nicht alles übersetzen. Es ist sehr einfaches Englisch. Auch wenn ich trotzdem nicht in der Lage bin, viele Wörter auszusprechen, seht es meiner Vokabelschwäche einfach nach. Das ist für mich sehr schwierig. Ich bin dumm. So, hätte mir das damit auch geklärt. Aber es ist sehr einfaches Englisch. Ich denke mal, mit so 8. Klasse Schule Englisch sollte das kein Problem sein. Ansonsten helfen euch vielleicht die Untertitel weiter. Aber da ist ein Kätzchen und da ist ein Häschen. Und das Häschen geht durch den Wald und es kann Gegner kaputt hauen. Da trifft es dann halt eine Fee. Und sie ist immer auf der Suche nach seinem Master. Und die Fee braucht Hilfe, weil die Freunde in Gefahr sind. Und dann gehen sie aber erstmal wieder zu Rabi-Rabbitown zurück, weil das alles nicht so klappt. Und naja, es ist halt ein kleines Adventure. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Fürs Kommentieren. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zu diesem Spiel. Oh, bitte eure Meinung in die Kommentare. Danke fürs Teilen im Netz. Danke fürs hinzufügen auf Playlists und für euer Abo und fürs Ausschalten des Adblockers, of course. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen.